Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Josef von Fraunhofer, die Linsen und die Spektrallinien. Zum Prolog, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen kurzen Vorträgen die goldene Seite der deutschen Medaille zeigen und pflegen, weil sie heute wenig bekannt ist und auch wenig vermittelt wird. Bis 1914 waren wir weltweit bekannt und bewundert als das Volk der Dichter und Denker. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge einige vorbildhafte Persönlichkeiten aus den Naturwissenschaften und der Technik vor. Ihre Biografie, ihre Arbeit und die Folgen daraus werden kurz skizziert. Wissenswertes aus Naturwissenschaft und Technik möchte ich näher bringen. Dr. Hans-Jürgen Alexi Das Bild zeigt tatsächlich einen Original-Kupferstich von Fraunhofer von dem Spektrum des Sonnenlichtes, in dem er selber die Emissions- und Absorptionslinien, eben die Fraunhofer-Linien, eingezeichnet und eingeätzt hat. Hier ist das Inhaltsverzeichnis als Übersicht zur Dokumentation und zum Nachlesen. Ich habe 63 Personen ausgewählt und alphabetisch geordnet von Albertus Magnus bis Konrad Zuse. Josef von Fraunhofer Die Linsen und die Spektrallinien Zunächst zur Biografie Josef Fraunhofer wurde am 6. März 1787 in Straubing geboren, als elftes Kind des Glasermeisters Franz Xaver Fraunhofer und seiner Frau Anna Maria. Er starb am 7. Juni 1826 in München an Lungen-Tuberkulose mit 39 Jahren. Beide Eltern starben, als er erst elf Jahre alt war. Der Vormund gab ihn in eine sechsjährige Spiegelschleiferlehre nach München. Dort überlebte er 1801 den Einsturz des Hauses seines Lehrherrn. Kurfürst Maximilian IV. ab 1806 auch König Maximilian I. von Bayern, übrigens von Napoleons Gnaden, war bei der Rettung anwesend und beeindruckt und beschenkte ihn mit 18 Dukaten. Hier im Bild zu sehen. Auch der in Bayern bekannte Hofrat und Unternehmer Josef von Utzschneider unterstützte ihn. Er erhielt einen Platz in einer Gewerbeschule, einer Art Berufsschule und als Autodidakt Zugang zu mathematischer und optischer Fachliteratur. Nach seiner Lehre arbeitete er als Optiker im mathematisch-feinmechanischen Institut von Reichenbach und Utzschneider, das ab 1807 in eine Glashütte in das gerade erst säkularisierte Kloster Benedikt-Bäuern verlegt wurde. 1811 wurde er in der Glashütte Betriebsleiter. Er experimentierte ständig und optimierte die optischen Gläser. Josef Fraunhofer entwickelte neue Schleifmaschinen und neue Glassorten für optische Gläser, insbesondere schlierenfreies Flintglas. Das ist eine bessere Qualität durch Bleioxid-Beimengungen. Er verbesserte auch die aus England kommenden akromatischen Linsenpaare durch Linsenkombinationen mit einem schmalen Luftspalt zu sogenannten Fraunhofer-Objektiven, die die bisherigen Farbfehler der Fernrohrer minimierten. Josef Fraunhofer beschrieb 1814, also zwölf Jahre nach dem englischen Arzt und Physiker William Hyde Wollastone, 1766 bis 1828, die später nach ihm selbst benannten Linien im Sonnenspektrum. Er untersuchte diese Linien genauer als jener und experimentierte auch mit ihnen. Im gleichen Jahr erfand er das Spektroskop zur Untersuchung des Lichtes und zur Beurteilung der Spektrallinien, hier im Bild eine solche Demonstration. Obwohl er Autodidakt war und praktisch arbeitete, leitete er aus seinen praktischen Erfahrungen wissenschaftliche Abhandlungen ab und publizierte diese. Josef Fraunhofer stellte auch komplette Fernrohre her, die in ihrer Qualität damals unerreicht waren. Hierfür erfand er die sogenannte deutsche Montierung mit Führung in zwei Ebenen, die heute von den meisten Fernrohren genutzt wird. Die in seiner Zeit besten Fernrohre der Welt lieferte er an die damals russische Sternwarte Dorpat, heute Tattoo in Estland. Hier im Bild das schöne Instrument und an die Berliner Sternwarte. Mit diesem Fernrohre wurde 1846 der Planet Neptun entdeckt von Johann Gottfried Galle, einem deutschen Astronomen 1812 bis 1910. 1819 wurde das Optische Institut nach München verlegt und Fraunhofer pendelte zwischen München und Benedikt-Bäuern. Hier im Bild von außen die Glashütte auf dem Gelände des ehemaligen Klosters, die heute ein Museum ist. 1821 wurde der nicht studierte Autodidakt zum außerordentlichen Mitglied der Münchner Akademie der Wissenschaften gewählt und 1824 zum Ritter geschlagen und damit geadelt. 1823 wurde er Konservator des physikalischen Kabinetts dieser Akademie. 1822 war ihm bereits von der Universität Erlangen die Ehrendoktorwürde verliehen worden. Hier ein Blick in das Innere dieser Glashütte, die heute ein Museum ist mit ihren Glasbrennöfen. 1826 starb Josef von Fraunhofer mit 39 Jahren an Lungentuberkulose, damals eine wahre Geißel der Menschheit, und liegt in München begraben. Die Grabinschrift Approximavit Sidera heißt, er brachte die Gestirne näher. Ein Mondkrater und ein Asteroid sind nach ihm benannt. Die Fraunhofer Gesellschaft für Angewandte Forschung trägt seinen Namen. Sie wird am Schluss kurz vorgestellt. Zum Werk von Josef von Fraunhofer und seiner Wirkung Fraunhofer erfand 1814 das Spektroskop. Es handelt sich um ein Instrument, mit dem man Licht untersuchen kann. Über einen Eingangsspalt und ein Linsensystem wird das Licht der Sonne durch ein Prisma in seine Bestandteile zerlegt und kann mit dem Auge oder durch Aufzeichnung untersucht werden. Hier im Bild eine solche schematische Zeichnung. Hier noch einmal zur Erinnerung. Die Sonne strahlt ein breites Spektrum an elektromagnetischen Wellen ab. Für uns Menschen sichtbar. Sichtbar ist nur ein schmaler Bereich von 400 Nanometer bis 700 Nanometer als sichtbares Licht hier in der Mitte dargestellt. Jenseits des blauen Bereiches nach links folgt dann die ultraviolette Strahlung, die Röntgenstrahlung und die harte Gamma-Strahlung. Und jenseits des für uns nicht sichtbaren Bereiches nach rechts, vom roten Licht gesehen, folgt die Infrarotstrahlung, die Radarstrahlung und die Radiowellen. Weiteres zum Werk von Josef von Fraunhofer und seiner Wirkung. Die von ihm wiederentdeckten Linien im Sonnenspektrum bilden eine Grundlage der Astronomie und gaben durch die Forschungen von Robert Bunsen und Gustav Kirchhoff, siehe bei den dortigen Vorträgen, die Möglichkeit, die atmosphärische Zusammensetzung von Sternen und interstellaren Nebeln zu bestimmen. Jedes chemische Element produziert ein eigenes, ganz charakteristisches Bild an Absorptions- und Emissionslinien. Die Spektrallinien im Sonnenlicht sind der Abdruck von Elementen in der äußeren Sonnenhülle, was erst viel später bekannt wurde. Hier ein Hintergrundbild aus dem Deutschen Museum in München mit Prismen von Fraunhofer und Fraunhofer-Linien. Der Hintergrund, die Ursache hinter diesen Linien ist folgende. Die Linien kommen durch die Aufnahme oder Abstrahlung von elektronischen Übergängen, früher wurde das Quantensprünge genannt, zustande. Es handelt sich um spontane oder auch induzierte Energieänderungen in der äußeren Elektronenhülle, die dann zu diesen Emissionslinien oder Absorptionslinien führen. Zuletzt noch eine wichtige Wirkung bis heute. 1949, nach dem Kriege, wurde die Fraunhofer-Gesellschaft gegründet. Sie ist mit 27.000 Mitarbeitern die größte Organisation für angewandte Forschung, angewandte Forschung und Entwicklungsdienstleistungen in Europa und betreibt 80 Forschungseinrichtungen an 40 Standorten in ganz Deutschland. Sie stellt einen wichtigen Teil der deutschen Forschungslandschaft dar und orientiert sich an der Arbeitsweise ihres Namensgebers. Sie verknüpft anwendungsorientierte Forschung zum unmittelbaren Nutzen von Unternehmen und Industrie, zum Vorteil der Gesellschaft. Die Fraunhofer-Gesellschaft wird nur zu 30% staatlich finanziert und zu 70% durch eigene Verträge. Zahlreiche Innovationen gehen auf sie zurück, sowie viele Patente und Erfindungen. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Dieses bunte Kaleidoskop an Ingenieurwissen und Naturwissenschaften soll unseren Horizont erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die sich genial, tüftlerisch und wagemutig gezeigt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi Dr. Hans-Jürgen Alexi